Heute gibt es mal wieder was von One Piece Moins meine lieben Freunde, heute habe ich endlich mal wieder eine neue One Piece Box Und zwar die Box Nummer 20, Season 16 Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf wie es weitergeht Ähm, gab es jetzt nichts groß zu sagen, war jetzt nicht irgendwie eine 3-4-2 Aktion oder sonst irgendwas Die neueren DVDs sind sowieso leider nicht dabei Ich habe mir die halt einfach so gekauft Keine große Geschichte dahinter Auf jeden Fall haben wir in dieser Box diesmal die Folgen 602 bis 628 Und das ganze ist natürlich jetzt auch in 16 zu 9 Und 675 Minuten haben wir hier ungefähr Und ein Booklet Machen wir das ganze mal auf Ist ja eigentlich immer irgendwo dasselbe aber Ist trotzdem immer schön mal zu sehen was halt Äh ja, als Gestaltung dort drin ist und halt immer dieses kleine Booklet mal nachzugucken finde ich auch immer Recht interessant was sie sich da so einfallen lassen haben So muss ich das Ding ja nur wieder aufkriegen Zum Glück war nichts beschädigt, da bin ich natürlich immer sehr froh drüber Und falls ihr mehr Unboxing sehen wollt auf diesem Kanal dann gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben Und abonniert natürlich den Kanal damit ihr keine weiteren Folge mehr verpasst Ihr kennt das ganze ja So zack Hier haben wir dann dieses Cover Ja ich weiß immer mit diesem blöden FSK Logo Es ist einfach lästig Die müssen es halt wirklich überall drauf klatschen Und ich finde das so unnötig einfach Naja Gut Niko Robin, Nami sehr schön Die sehe ich doch immer gerne Und ja hier haben wir die 6 DVDs Sehen auf jeden Fall sehr cool aus Ich denke Ja da wird eh nichts dahinter sein Es ist halt einfach wieder nur so ein Holzlook Aber dann gucken wir uns einmal das Booklet an Äh ist recht dünn Gut Ich denke das ist ja dieses H2S Äh ja steht ja da H2S Giftgas Ja wieder die Charakter Und so weiter und so fort Ich zeige euch das einfach mal so kurz ein bisschen Ich finde immer sowas schön Dass sowas dabei ist Auch wenn natürlich die Schuber von One Piece Oder Dragon Ball und so Halt diese Pappschuberdinger Jetzt nicht so mein Fall sind Ähm Diesmal haben sie sich auch gespart So ein Dingsbiz hier zu machen Sonst haben die immer hier so ein Äh Großes Bild halt drin Naja Gut Das war es schon mit diesem kleinen aber fein Unboxing Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Ihr wisst Bescheid Daumen hoch und so weiter und so fort Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich freue mich drauf Haut rein Und Ciao Bis zum nächsten Mal wieder Tschüss